Heute fahren wir angeln am Wuppertsee, das ist jetzt hier, am Anfang tun wir hier vorne an der Brücke, noch am Fluss und dann am See, wo es jederzeit. Wuppertsee Ohi, 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 wo ist denn da noch hin? Tschü-tschü Steht da noch auf? Uppiatos 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 Hier sind wir jetzt ein. Hier sind wir jetzt ein. Hier vorne ist schon die Dritte. Obwohl, wir fahren jetzt wieder hin. Wir sind auf den Wuppersweg. Über den Wuppersweg. Anders kann man den nicht erreichen. Bei uns geht der Fischen mit vollem Einsatz. Durch die tiefsten Büsche bis hin zum See. Den wir da drüben schon gerade gesehen haben. Da ist er. Den Land Wuppertsee. Da ist er. Schönes Ding. Tschakalaka. Gucken ob wir hier einen schönen Platz finden. Da ist die Brücke. Naja. Fangen wir mal ein Stück weiter. Schakalaka laka. Hier sollte man aufpassen. Dass man hier nicht. Welche irgendwie äußer fällt. Oder die Angler stört. Das ist das. Jetzt mal aufpassen. Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020